So, Dose suchen. Da ist jetzt mal die Dose eingebaut, aber leider ist sie zu. Gucken wir mal. Das ist fest. Hol, 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 hol. Muss da sein. Da ist es. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier haben wir noch eine Steckdose nachgerüstet, die der Kunde noch haben wollte, die für die Weihnachtsbeleuchtung. Da habe ich gerade eine neue Zuleitung noch runter in die Verteilung gelegt. Jetzt bauen wir noch drüben noch ein paar Dosen aus, wenn wir es auch geschafft haben. So, die Wände sind ja auch geschlossen. Dann tun wir jetzt hier noch die Dosen ausbohren. Das heißt, wir wissen natürlich nicht ganz genau, wo hier die Latten dahinter liegen, weil das ja erst USB draufgekommen ist und dann regebt es. Machen wir jetzt mal einen Strich. Leider schon ein Bleistift irgendwo verloren. Keine Ahnung wo. Da eh noch über Spachteln wäre es nicht ganz so schlimm, aber wenn jetzt mal hier, na wie heißt es schnell, wenn man das mal mit einem Kuli macht, wenn ja nach gestrichen wird, ist es vorbei. Weil das so schmiert. Jetzt hat man immer einen Bleistift. So, immer noch ganz kurz, sobald man gerade durch ist, den Klotz rausmachen und so gucken, ob irgendwo ein Kabel im Weg ist. Da ist jetzt mal keins. Oder doch, halt, da ist irgendwas, fühle ich hier in der Glaswolle. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung, wie viel Luft wir wo haben. So, hier haben wir noch so viel, das heißt, hier können wir die einen Dosen noch nach da bohren. Dann wollen wir den Strich mal verlängern. So. Wo? Wo. Wo. Wo? Wo. Wo? Wo. Wo. So, mal gucken. Irgendwann hatte ich hier was gefühlt hinter der Glaswolle, weil hier ist ja nur die ganz dünne Glaswolle drin. So, hier haben wir doch alles. So, hier ist schon mal ein Netzwerk. Und hier ist die Antenne. So, die wollen wir hier drüben drin haben. Vor allem, dass wir nicht zu stark knicken. So, haben wir die auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier rüber noch können. Weil gewünscht war eigentlich eine Dreifachsteckdose, aber müssen wir gucken, bis die nächste Dachlatte kommt. Ah, da ist genug Luft. Da haben wir noch genug Luft. Sehr gut. So. So. Das ist noch kein Kabel. Aber da kommen ja noch ein paar Dosen dazu. So. Immer hier zwischen so einen ganz leichten Steg stehen lassen, bei so Dosen. Ähm, dass das auch nachher sauber passt, wenn man die einbaut. So. 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 der nächste noch. So, und hier fühle ich auch schon irgendwo ein Kabel in der Glasrolle. So, haben wir die auch ausgebohrt, jetzt müssen wir den Müll noch beseitigen. So, ich bohr die jetzt erstmal nur aus, weil es ist schon spät am Abend, das muss ich nur sehen, dass ich noch schnell alles durchkriege, Samstagabend, weil ich fahrt nachts heim und dann will ich halt eben die ganze Sache noch ausgebohrt haben und den Rest noch fertig haben, was noch zu machen, das ist vorm Estrich. Ich bohr so Dosen immer lieber ganz vorm Estrich alle aus, weil noch könnte ich hier irgendwas aufschneiden, wenn ich ein Kabel nicht finde oder wenn das irgendwas kaputt sein sollte. Wenn der Estrich mal drin ist, komme ich natürlich nicht mehr dran, weil noch könnte ich hier was kaputt machen. Und halt eben vor allem aktuell wird gerade gespachtelt. Das heißt, wenn ich hier was rausschneiden muss, können die noch gerade mit zuspachteln. Danach ist es zu spät, deshalb immer jetzt, wenn die Jungs noch da sind beim Spachteln, und vorm Estrich alles noch vorbereiten. Hier vorne seht ihr das transparente Kabel und ein Seil hängen. Als hier die Dachverglasung in die Tage gebaut worden ist, haben wir oben hier eine Nut reingefräst, hat uns der Fensterbauer reingefräst, oberhalb, wo dann die Schiene dann rechts und links wird ja geschraubt und in der Mitte ist genau eine kleine Nut, wo das Kabel durchläuft, ist oben und in den Dachpfands eine Dose verklemmt. Das Seil hat oben eine Seilklemme drauf, die verschraubt ist, dass sie sich nicht rausreißt. Und hier kann man dann immer die Hängelampe über den Tisch hängen. Ist genau auch in dem Thee gebohrt, dass es optisch schön aussieht. Die Wand kennt ihr ja noch aus irgendeinem von den letzten Videos. Hier ist ja draußen der Carport, der noch hinkommt. Jetzt war der Wunsch, noch ein weiterer Wunsch dazu. Der Kunde möchte gerne noch eine Kamera draußen haben. Jetzt gucke ich schon gerade, wo ich ein Kabel hergehe. Da kann man schön außenrum gehen, auf jeder Seite raus. Die muss ja auch bis zum Zellerschrank runter, das Kabel. Das ist auch wohl nicht mehr voll. Hier im ersten Gang. Ich sehe ein Loch. So. Jetzt legen wir den Schlauch. Hopp, 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 hopp. Das soll geschnitten Estrich fallen hier, das Kabel. Das wäre schlecht. Bleibst du wohl da oben drauf hängen, du Kabel. So. Jetzt müssen wir auch ein bisschen hochbinden. Machen wir gleich mal Kabelbinder dran. Dass das auf jeden Fall in der richtigen Position rauskommt. So. Mal gucken von der Länge her. Ja, so wäre gar nicht mal so schlecht. Schneiden wir es so drüben mal ab. Das Kabel mal durchschieben, damit wir hier noch losmachen. So. Außen brauchen wir wenigstens mal drüben Meter, mal vorbeugend. So. 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 Vielen Dank. So, jetzt haben wir ja hier die Geschichte, wieder wie unten mit dem Fensterkontakt. Wir haben jetzt hier oben einige. Die müssen wir jetzt irgendwie auch hier neben jetzt reinkriegen. So. Die Dose wieder rausholen. So, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, komplizierter. Und hier müssen wir die Wand noch durch, weil auf der anderen Seite die Dose sitzt. Da bauen wir uns jetzt noch ein Loch rein. So, jetzt ist ja die Fußschwelle, wo draufgeschraubt ist. Da gehen wir ein bisschen höher. So ungefähr. Aufpassen, weil dahinter sind ja auch Kabel. So, jetzt wird die Anglerei ein bisschen schwieriger. So, hier ist die Dose, die hat der Fensterbauer schon rausgeholt. Können wir eh nicht mehr nehmen, weil die Dinger ab sind. So, hier sind die beiden Kontakte von dem Fenster und von dem anderen Fenster von dem geschlossen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auf die andere Seite kommen. Sofalls muss ich unten nochmal aufbohren, aber gucken, warum wir so durchkommen. So, jetzt ist alles voller Glaswolle. Dann bauen wir da unten das auf. Oh ja, da ist alles voller Glaswolle. So, jetzt muss ich jetzt was durchschieben. So, da ist das Kabel. So, jetzt nehmen wir nochmal hier oben. Ah, perfekt. Gut. Dann bauen wir jetzt nochmal die andere Seite des Rohr hin. So. So, hier haben wir aber den Sonderfall, dass der Fensterkontakt, den der Fensterbauer eingebaut hat, kaputt war. Und hat den wieder ausgebaut. Aber dann machen wir es anders. Schreiben wir ein Stück Kabel. Weil jetzt kommt ja der Estrich und da kann man jetzt sagen, nur Estrich muss warten wegen Fensterkontakt. Machen wir jetzt folgendes. Das Loch ist ja hier gebohrt. Wir tun jetzt hier ein Kabel durchschieben. Das binden wir jetzt, binde ich jetzt hier unten, machen wir das jetzt mit Isolierband fest. Da kommen wir nämlich nachher, wenn der Fensterkontakt da ist, also Estrich drin ist, der Fensterkontakt da ist. Tun wir hier unten neben dem Fensterkontakt, tun wir hier ein bisschen das Holz ausfräsen. Und löten dann unterhalb von dem Fensterkontakt das Kabel an. So, wenn wir das Kabel hier noch hochbinden, dann bin ich natürlich zu faul, den Leiter zu holen. So, dann können wir das auch oben hängen. So. Jetzt hänge ich hier im Weg. So, jetzt hängt das auch oben. Jetzt kümmern wir uns mal um den Lautsprecher. So, da habe ich jetzt einen Lautsprecher in Dachüberstand ausgeschnitten. Und dasselbe machen wir es auch auf der anderen Seite. Das sind so Putzträgerplatten. So. So. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Noch sehe ich kein Kabel. Aber da ist es, ich fühle es, da ist es sehr gut. Da war vier Reserven drin. So, jetzt machen wir den Lautsprecher noch an den Magen. Dann schneiden wir den Stichsäcker aus. Ich habe die Schablone wieder, die bei jedem Lautsprecher dabei ist. Oh, das war auch schon so. Das ist auch gut ausfrescher. So blöd. So, Stichsäge. So, das war's für heute. So, da ist der Akku leer. So, was im anderen Akku mehr drin ist. Ich hoffe, dass im anderen Akku mehr drin ist. Die Akku ist auch leer. So. 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 ist es Samstagabend. Ich habe jetzt noch sechs Stunden Fahrt vor mir. Rohbau ist endlich geschafft. Alles ist drin. Wie in den letzten Videos ihr alle gesehen habt. Und wenn ich nächstes Mal hinkomme, geht es los mit Fertiginstallation und der Schaltschrankverdrahtung mit den ganzen Mini-Serverkomponenten. das ist schon alles was Loksone betrifft. Das geht dann in ca. vier Wochen los. Weil es kommt nächste Woche der Estrich und dann haben wir noch ein bisschen Puffer. Aber zwischendurch haben wir natürlich noch andere Baustellen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video. Macht's schwer gut. Bis die Tage. Untertitelung des ZDF, 2020